Servus, guten Tag zu saulen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Guck mal, der Trio ist auch da. Wo fahren wir hin, Junge? Herzlich willkommen bei Holzkopf TV. Und wo fahren wir jetzt hin? Ja, fahren wir hin. Du hast gesagt, fahr einfach geradeaus. Ich freue mich deinen Anweis. Na, Stromberg, Schwame. Der Trio war noch nie in Stromberg. Ja, Trio. Aber heute hast du verpasst. Ja, ja. Aber ich habe so viel verpasst in meinem Leben. Ich bin so viel abgewogen, wo ich nicht hin sollte. Ja, das kommt davon. Acht Jahre Grundschule. Ja, danach musste ich aber auch gehen. Aber mindestens. Du warst doch der Erste, der schon rauchen rufte. Ja, denn Auto hat er immer. Auch. Ja, dann hatte ich die 10 Jahre voll und brauchte ich nicht mehr gehen. Schulpflicht erfüllt, ja. Wir gehen jetzt Fahrrad fahren. Quatsch, den kannst du mit dem Typen sowieso nicht. Wir haben Katastrophe, den Typen. Freust du dich schon drauf? Stromberg, dein erstes Mal? Nein, mein erstes Mal. Ich freue mich auf mein erstes Mal. Ja, sehr schön. Sind wir gleich da? Oh, guck mal, da ist er schon angeschlagen. 15 Kilometer. Ihr könnt das noch gar nicht sehen jetzt hier. Aber hier kommt gleich das Schild. Da kommt ein Schild und da steht Stromberg. Da war ein Schild, da war ein Schild. Hier kommt gleich eine Blitzung. Und guck mal, wie Atreo geblitzt wird. Ich mach mal aus. Was war da nochmal mit deiner Brille? Das Mikro geht aber noch. Was hast du gesagt? Ja. Deine aggressiven Töne. Aggressiv? Ja. Ich bin gar nicht schlecht gelang. Und was war jetzt mit deiner Brille, George? Der kommt mir nichts klar, ne? Er kann mit der Goggle nicht fahren, weil die Brille beschlägt. Er kann nicht mit dem Helm fahren, weil er die Brille nicht ankriegt. Aber das kann ich richtig gut. Nichts? Nichts können. Nichts können, ja. Ja. Also besticht er sich wieder ins Auge. Mach da ab, mein Freund. Du kriegst dein Fett auch noch weg. Ja? Wann? Wodrüber? Ja. Ich nicht verstehen. Wenn du mich weiter so schikanierst. Ja. Ich nix verstehen, schikanieren. 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 Alter, hast du den Zeit? Was hab ich? Hast du den Zeit? Zeit? Style? Scheiß? Guck mal, ich kann ja mit der Brille fahren. Bei mir ist das kein Problem. Bei dir ist alles kein Problem. Natürlich nicht. Außer Fahrrad fahren. Ich nochmal, oder was? Ja, ja. Beim nächsten Mal du. Bist du klar? Ja. Sollen wir fahren? Aber wir fahren schon. Ja. Neue Bremse drauf. Umgebaut. Endlich. Die Schnauze voll. MT7 ist drauf. Jetzt muss ich aufpassen. Die bremst so gut. Du bist so ganz schnell der Vollbremse. Ich bin gar nicht mehr gewohnt hier zu bremsen. Ich bin gar nicht mehr zu bremsen. Oh, das ist nicht. Dankeschön. Juuu. 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 Hier rechts geht das Ding ab. Die Geschwindigkeit wird der Dicke reichen für den Sprung mehr als Dicke. Ich weiß gar nicht, warum ich die nie mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ja, fast. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mitnehme. Da wird. Leine Vögelchen überfahren. so dritte abfahrt wird dann der atrio vor nein ja das ist wirklich gewalt schlimmer ist hat schon schlimmer ist hat schon also das ist die weste die ist wirklich nicht auf mein bike gott mir auf die schuhe aber nicht auf die neue bremse nicht auf die neue bremse die ist wieder rot ich muss den leadstrich noch nachziehen ich zieh dir gleich auch den leadstrich der hält aber lecker es wäre frei ja es wäre immer noch ja du kannst für dritte abfahrt du fährst ich weiß nicht wo du wang ich will dich drauf haben fürchte aber versprochen fürchte ok dein kopf perlt dein kopf perlt das ist ja dieser julian weg jetzt musste ich wieder benehmen es brauchst dich nicht mehr benehmen so rum war das doch hättet ihr sehen müssen leute wie so ein teenie ja ich dir gesagt habe erstens wusstest du heute ist bis zu dem zeitpunkt wo du es wusstest warst du ja noch relativ umar aber danach war ja kein halten mehr komm dann geh mal zu dir lass uns dir doch mal fragen ich möchte ein autogramm haben ich möchte mal mit dem sprechen ist das nicht dein auto meine leute wissen dass das quatsch ist was du da erzählst deswegen lass ich dich mal in ruhe reden aber ne leute es war wirklich so nur weil ich es nicht der das so gemacht hat aber ansonsten stimmt die geschichte ja ich weiß nicht ob die truppe dann noch vormächte fahren möchte weil du fährst ja vor du hältst ja alle auf ja das ist ja auch was ganz anderes hier als das was du immer fährst also deswegen ja du kannst ruhig hinterher fahren du läufst schon nicht auf keine angst auf dich glaube ich nicht auf nein du fährst hervor ja dann fahren wir halt falsch du bist ja nicht fahren blind du weißt was schwarz ist ja wenn schwarz ist das blöd also fahr da nicht lang ja oder fahr da besonders schnell weißt du kurz vor dem schwung das atmen einstellen wie beim scharf schützen und da hat er sie gekonnt und fahren die wurzel diese auch aber pass auf ich mache hier die blöden kommentare und lege mich dabei gleich aufs maul das ist doch gar nicht weiter hat das doch flott unterwegs gut erfährt dann muss man auch erst mal fahr können dann habe ich auch noch nicht gesehen ja ich habe immer gesagt atreo ist ein ganz besonderer fahrer der kann auch oben auf dem anleger fahren vorsicht geht er na alles gut um gottes willen alles gut dankeschön ja war doch gut ich weiß noch nicht warum du vor dem schwung gebremst hast du auch noch aufkleber von mir ich bremse auch für tables also ein bisschen bisschen mehr schwung tschuldigung hast du nicht ich bin einfach oben auf dem ball auf dem ball hab ich doch guck mal das sah super geil aus das habe ich auch noch nie gesehen dass einer oben auf dem anlieger fährt ja hier fährst du vor hier verfarschen wir auf jeden fall links halten links halten ja wir lassen euch ja gut dann auch viel spaß euch noch macht die ihren kindern da angst dass wir die über den haufen fahren wollen oder würden den nimmt er mit dann aus wo stehen die denn einmal alle rum und 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 Los geht's! Alter, was war das denn jetzt? Ja, ich und Wurzeln, ey. Wir werden keine Freunde wurzeln. Steine? Ja, wurzeln. Hier sind Steine. Kein Ding. Steine. Kein Ding. Oh, bing. Wurzeln. Steine. Dann starten wir von da. Ja, sauber, schön weit oben. Sehr schön, Alter. Sehr smooth. Das geht mir doch alles auf den Koffer hier. Was mehr hast du denn da auch immer? Ich will meinen Helm haben. Warum nimmst du die Brille denn überhaupt noch mit, weil du benutzt die sowieso nicht? Du hast gesagt, ich muss sie dabei haben, sonst sieht das nicht gut aus. Ja, du musst sie aber auch vom Kopf tragen, nicht hinterm Kopf. Ach so, das hast du nicht gesagt. Ah, mein Fehler. Wenn das Gummi jetzt runter fliegt, kriegst du vom Kopf. Ja. Ja. Du bist. Du bist. Ja, du bist immer eine Kladderadatsch da. Kladderadatsch. Was hast du denn vorne, Alter? Ich, ja? Alter. Ja. Komm, Bruder. Langsam werde ich müde. Was ist denn los? Ich brauche Bier. Ja. Wo gehts denn rein? Hier gehts rein. Juppi. Klack, klack. Okay. Rogel, weg da. Oh. Ah, fuck. Ich könnte nie sauber lügen, das ist mal schön. Ich bin am Auto. Ja. Und jetzt kriege ich wieder Urheberbeschwerde, weil er die Musik so laut hat. Ja. Habe ich bei dem Winterberg Video, habe ich Urheberbeschwerde bekommen. Ja, bei dem, wo wir die Flohlein da gezeigt haben, die Floh Country und so. Wo ich da mit dem Dennis im Lift gesessen hatte, hat er diesen Bongo-Bongo-Song. Ja, ja, ja. Das hat schon gereicht dafür. Ist nicht wahr. Und alles Geld, was ich jetzt mit diesem Video verdiene, bekommen die. Für die kein Geld mit dem Video sein. Diese Kino nicht gesagt. Aber naja, ist halt so. Ich könnte es aber noch im Nachhinein rauslöschen, aber ich finde es eigentlich... Nö, mein ich nicht. Ja. War aber unscheißlich. Lange Geschichte, keinen Sinn. Wir sind fertig. Du auch? Hat es dir gefallen? War es so schön, ne? Ja. Wie hieß er eigentlich nichts für dich, ne? Nicht schön erwähnen, ne? Ja. Der Spaß stellte sich tatsächlich bei dem zweiten Abfall ein. Ja. War gut. Er stellte sich ein, also da hat er keinen mehr... Na ja, gut. Wie wir es einmal fast verkackt haben, ist glaube ich nicht mit drin. Weil die Kamera hat sich irgendwie aufgehalten. Ich? Du? Ja. Ja, Entschuldigung. Ja, denn verallgemeinert das doch nicht. Aber ich hoffe, dass es mit drin war. Weil irgendwie war lustig. Ja. Habe ich halt Angst, der Pflicht wehten rein. Der ist immer zu schnell, weißt du. Ja. So. Ja. Du machst schon aus. Achso. Ja. Achso.